Um das restriktliche Netzwerk zu hacken, brauchen wir den besten Deskription-Expert, Colonel Orlin. Unfortunately, er wird durch Mira Han geholfen, einer der schlimmsten und verrückten mercenarischen Liedern. Dementsprechend ab hier an blind. Hier wird mir was über Hyperion erklärt und was ich damit ja alles machen kann, so waffentechnisch. Ob ich die jetzt spiele? Als Einheit? Das wäre cool. Das wäre cool. Das wäre cool. Wir könnten ihre Operationen in diesem Asteroid-Fielde. Das wird ihre Aufmerksamkeit bekommen. Wir müssen ihre Prim-Space-Station kreppen. Sie wird es nicht einfach für uns machen. Wir müssen unsere eigene Basis aufsetzen. Eine von Miras' Flit-Station ist nahe. Wir können sie rausziehen und unsere eigene Station aufsetzen. Hm. Also spiele ich jetzt Terraner. Lustig. Aber komisch, Terraner. Ja, leider wurde das aus dem Buch nicht wirklich aufgegriffen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber wie dem auch sei. Clear out Miras' Flit. Zapier will man survive. Puff. Na mal gucken, was hier so passiert. Hey Kids, die Asteroid-Fielde sind zu tief, um zu navigieren. Ihr müsst einen kurzen Rang... Nice. Die kurzen Rang sind gut, um zu gefährlich zu kommen. Hm. Cool. Tja, so viel könnt ihr gegen mich mal nicht ausrichten. Aber da kommen ein paar mehr, wie ich sehe. Coole Sache. Oh, jetzt habe ich bloß noch vier. Doofe Sache. Oh, jetzt habe ich wieder fünf. Coole Sache. Ach, hier Läden laden die sich quasi auf gleich. Jetzt habe ich sechs. Hm. Unit complete. Tech Fighter. Das ist mal eine sehr lustige Mission, muss ich sagen. Boah, make it so. Sehr gut. Und noch einer. Ja, er hat gerade make it so gesagt. Das ist eine Reference, wie ich zumindest denke, an Star Trek. Punkt. Star Trek The Next Generation. Denn da ist Captain James Tiberius Kirk nicht, sondern Captain John Luke Picard. Und im Originalen sagt er zum Beispiel, wenn sie Warp, Engagen oder sonst was, sehr häufig make it so. Ja, nun mal so. Als Background-Info. So, warten wir noch auf die letzte Yamato oder wir fliegen einfach voll rein. Das ist auch okay. Warum denn nicht? So. Das war das. Das war's. Okay, da okay. Dann gibt's heute eine ganze Menge, äh... Na, wie soll ich's sagen? Äh, äh... Solo-Action. Mineral-Fields. We can harvest these for more resources. Get those Minerals and I can upgrade the Hyperion. Make her even tougher. Ach, diese Mag-Mines. Jetzt los. Yep. Ha! Sehr gut gemacht. Oh, dann wird das ja gleich ein Instant-Upgrade, wie's aussieht. Hallo, Mag-Mines. Oh, die kann ich auch zerstören, dann ist ja gar kein Problem. Aber auch der Jump hat was für sich. Sehr coole Mission. Ich muss sagen, sehr, sehr coole Mission. Macht mir echt Spaß, gerade mit der Hyperion hier rumzufliegen. Und, ja, diese ganze Jump-Geschichte, die man dort noch aus den Büchern kennt und so. Kurze Jumps. Ich find's so geil. So, Upgrade. Okay. Dann machen wir das doch. Oh, das war der falsche. Nein. Ja, und das müsste eigentlich, äh, Valeryn auch wissen, denn er war mit den ganzen Leuten auf Deadman's Port. So. Kaputt und kaputt. Oh, guck mal eine an. Ja, ich bin auch ganz schön under attack, aber wir wollen mal nach hier unten ein paar Sachen einsammeln. Ich brauchte auch mal ein Repair-Bot. Das wär cool. So. Tja. Uh. Also, hm, also, und so. Los geht's. Die paar, die ich habe. Ja, die können wir doch so angreifen. Oh, 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 cool. Das haben wir ganz schön. Äh, die Aufwässerkeit auf uns geschoben. Kann ich irgendwie zurückfliegen. Kann ich irgendwie zurückfliegen? So, ah, hier ist Heilung. Oh, gut. Gut, gut, gut. Ein paar Schiffe losschicken, die die für uns ablenken und schnell die Heilung holen. Oh, Vollheilung. Wie cool. Ach genau, und Vollheilung bringt uns ja auch einen ganzen Schwarm. Oh, und der macht den ganzen Schwarm kaputt. Mit nem fucking EMP. Oh, und jetzt ist das Ding weg. Ach so, weggesprungen wahrscheinlich, was? Ja. Oh, das war jetzt drauf. Wollte ich das hier machen. Der gute Warby. Und Feuer frei. Kaputt. Puh. Das können wir gut gebrauchen. So, na dann. Schicken wir nochmal ein bisschen. Erstmal das hier drauf. Und dann die Kampftruppe los. Dann fliegen wir mitten rein und drücken R. Piu, piu, piu. Alles kaputt machen. So. So. Das Starport ist building more Ships to send at us. We're going to have to take it out fast. Na dann mitten rein. Und die Welle drauf. We're going hot. Und gleich nochmal die Armato und dann hat sich die Sache vorbei. Die brauche ich gar nicht. Make it so. Nice work. Let's keep pushing forward. Matthew, that was very rude. Fully automated bases are quite expensive.